Wollen wir Telespielen, weil das jeder kann. Es kommt Achtverläustern, Superbreakout dran. Und das Weltall ist nah. Und der Pac-Man ist da. Wer hat Lust, was Neues zu spielen? Der hat schon mal Pac-Man gespielt. Atari hat jede Menge Videocomputerspiele. Und das Neueste heißt Pac-Man. Ich will aber nochmal, ja? Wer hat schon Atari gespielt? Ich will aber nochmal, ja?